Unsere Nummer 1, die Jimdo-Hymne der Selbstständigen. Schon wieder ist eine Kollegin weg, hab mich mit Jimdo selbstständig gemacht. Mein nächstes Fotoshooting blinkt auf einer Yacht. Ja, hier wird immer in die Hände gespuckt. Wir machen mit Jimdo, was uns wirklich gut tut. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die anderen stillen, sie haben keine Lust auf die Arbeit zu gehen. Dann mach ich genau das, was ich will. Ich erfinde zum Beispiel einen neuen Drip. Ja, hier wird immer in die Hände gespuckt. Ich mach Business mit Jimdo und viel Herzblut. Ja, hier wird immer in die Hände gespuckt. Ihr macht euer Business zum Hit. Wir helfen euch dabei. Geh jetzt auf Jimdo.de.